Angela ist mein Name, Angela Thomas und in der Branche kennt man mich auch als Trainer for Beauty. Ich führe ein stern ausgezeichnetes Kosmetikstudio und eine Kosmetikschule. Dort führe ich fachliche, aber auch unternehmerische Weiterbildungen durch. Ich helfe Kosmetikerinnen, Fachexperten, Nagelstylisten, Lash-Stylisten, alles rund um Beauty einfach weiter profitabler zu arbeiten. Und ich möchte einfach gerne diesem Glaubenssatz aufweichen, dass du mit den teuersten Weiterbildungen rund um neues Fachwissen, mit den exorbitant teuersten Schulungen rund um Gerätschaften einfach hier neue Kunden bekommst. Dass sie quasi wie von alleine in dein Kosmetikstudio hineinputzeln und das Geld dann deine Kasse befruchtet. Wie von Zauberhand möglicherweise. Und dieser Glaubenssatz herrscht in unserer Branche vor und so viele Experten werden dann auf dem Boden hart ankommen, wenn sie realisieren, dass es doch nicht stattfindet. Der Kunde bleibt aus oder die Nachhaltigkeit deiner Behandlung wird einfach nicht angenommen. Und da komme ich ins Spiel. In meinem Beauty-Biz-Mentoring, dem unternehmerischen Weiterbildungsprogramm in der Beauty-Branche für ein Jahr, hast du so viel Umsetzungskraft, wie du es sonst aus keiner Schulung kennst. Hier lernst du also, wie man Kunden neu gewinnt, wie du Kundenbindung richtig machst, wie du verkaufen lernst, ohne verkauf sie zu wirken. Mitarbeiterbindung auf ganz besondere Art und wie du deine teuren Geräte auf jeden Fall profitabel in deinem Studio installierst. Wenn du all das wissen möchtest, dann trägst du dich hier ein für ein Strategiegespräch. Ich hole dich ab und zwar mit einem roten Cabriolet. In deiner Vorstellungskraft setze ich mich dann dort rein als Beifahrerin. Und ich habe einen Blumenstrauß dabei, der dich begrüßt, der Blumenstrauß beinhaltet Unternehmerwissen, Kundenbindung, ja Kundenneugewinnung, wie du dich in Social Media richtig präsentierst, wie du deine Behandlungspaare richtig konzipierst, wie du deine Gerätschaften wirklich profitabel ins Studio einbringst und damit dein wirtschaftliches Vorankommen betreibst. Ich freue mich auf dich, denn dieses Unternehmertraining ist wirklich wertvoll und sogar zertifiziert. Wir sind Partner der Agentur für Arbeit und allen anderen Bildungsstätten, die auch deine Bildung supporten. Wenn du also Interesse hast und mehr darüber wissen willst, trag dich hier ein. Ich freue mich auf dich.